Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo. Heute geht es um unsere All-in-One-Multivitamin-Kapseln. Unser All-in-One-Multivitamin-Produkt liefert dir alle wichtigen Vitamine zu 100 Prozent der empfohlenen Tagesdosis und natürlich in qualitativ hochwertiger Verbindung, also so, dass dein Körper die Vitamine auch super aufnehmen kann. Vitamine sind essentielle Substanzen, ohne die ein Leben bzw. Überleben nicht möglich ist. Also ein Mangel kann schwerwiegende Folgen auf unsere Vitalität, Gesundheit und allgemeine Organfunktionen haben. Es ist heutzutage allerdings nicht mehr ganz einfach, rein über die Nahrung alle Vitamine aufzunehmen, weil zum Beispiel schon allein Obst und Gemüse durch die ausgelaugten Böden nicht mehr so nährstoffreich sind wie ursprünglich mal. Und außerdem sind wir täglich so vielen Schadstoffen und Stress ausgeliefert, die unserem Körper Nährstoffe rauben. Natürlich ist nicht jeder Mensch automatisch von einem Mangel betroffen, aber es ist wichtig zu wissen, dass sich ein Nährstoffmangel oft auch erst nach mehreren Monaten zeigt. Und Nebenwirkungen kommen auch in der Regel sehr schleichend und werden dann auch meistens gar nicht mehr auf einen Mangel zurückgeführt. So, was ist aber nun genau drin in unserem Multivitaminpräparat? Also ich kann schon mal eins vorwegnehmen, es ist definitiv kein Standardprodukt, sondern ein Next Level Multivitaminpräparat. Denn neben den üblichen Verdächtigen wie Vitaminen A, E und C, wirst du auch mit Vitamin D und K2 und sämtlichen B-Vitaminen, darunter auch die aktive Form der Folsäure versorgt. Aber das ist noch längst nicht alles. Wir haben noch eine ordentliche Portion Luxus für deinen Körper reingetan. Und zwar weitere Vitalstoffe, die nicht nur wahnsinnig antioxidativ wirken, sondern sich auch noch positiv auf den Stoffwechsel und die biomolekulare Gesundheit auswecken können. So zum Beispiel das Q10, das eine sehr wichtige Rolle für die zelluläre Energie spielt und Traubenkern-Extrakt mit dem Wirkstoff OPC für geschmeidige Arterien. Und als Sahnehäubchen gibt es da noch eine Ladung PQQ obendrauf, denn das spielt als Coenzym eine sehr wichtige Rolle beim Abbau der Aminosäure Lysin, was wiederum eine sehr große Rolle spielt für die Immunabwehr. PQQ ist nämlich hauptsächlich in fermentierten Produkten und Muttermilch enthalten und das steht bei den meisten Menschen nicht täglich auf dem Speiseplan. Also du siehst, es handelt sich hier nicht um ein gängiges Multipräparat, sondern um einen praktischen Luxus-Multikomplex. Wir haben allerdings ganz bewusst auf Mineralstoffe in diesem Produkt verzichtet, weil die zum einen in so hoher Bioverfügbarkeit, die unseren Ansprüchen gerecht werden würden, einen zu großen Platz in den Kapseln einnehmen würden. Da bräuchte man zum Beispiel für 100% Magnesium aus Magnesium bis Glucinat bereits drei große Kapseln und dann ist es nicht mehr so bequem. Und zum anderen sind Mineralstoffe einfach besser separat einzunehmen und sie nicht mit anderem zu kombinieren, weil das manchmal auch einfach Wechselwirkungen haben kann. Und das ist halt ganz oft die Problematik bei anderen Multipräparaten auf dem Markt. Also achtet da bitte drauf. Wir empfehlen täglich zwei Kapseln mit ausreichend Wasser zu einer Mahlzeit einzunehmen, die auch etwas Fett enthält, da hier auch fettlösliche Vitamine enthalten sind. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem Laufenden bleibst.